22. Februar 2022. Erste russische Panzerfahrzeuge dringen über Belarus in ukrainisches Hoheitsgebiet ein. Am Vortag hatte Wladimir Putin die pro-russischen Separatistengebiete Luhansk und Donetsk als unabhängig anerkannt. Nach der Annexion der Krim 2014 dehnt Russland sein Territorium weiter aus. Wir wissen, dass die Ukraine die Absicht hat, eigene Atomwaffen zu entwickeln. Die NATO erklärt unser Land in ihren Dokumenten offiziell und direkt zur Hauptbedrohung für die euroatlantische Sicherheit. Die Ukraine wird als Ausgangspunkt für einen Angriff dienen. Wladimir Putins Versuch eines Blitzkrieges, mit dem er die Ukraine angeblich entnazifizieren und die NATO zurückdrängen will, scheitert. Und doch hält die russische Front stand, auch 20 Monate später. Im Westen herrscht zunächst Fassungslosigkeit, die nach und nach einer gewissen Ungeduld weicht. Weder die massive militärische Unterstützung für Kiew, noch die internationalen Sanktionen, können Moskau zum Rückzug bewegen. Doch auch die ukrainischen Streitkräfte halten ihre Stellungen. Die im Juni 2023 gestartete Gegenoffensive Kiews ist allerdings weitgehend wirkungslos. Die Situation ist festgefahren, eine Niederlage der Ukraine ist, Stand heute, nicht auszuschließen. Was wäre, wenn Russland seinen Angriffskrieg gewinnen würde? An der Front geht es weder vor noch zurück. Die ukrainischen Streitkräfte kommen quasi nicht mehr vorwärts. Die russische Armee hält ihre Stellung. Doch die Verluste sind hoch. Nach Schätzungen des US-Generalstabs haben beide Seiten seit Kriegsbeginn fast 200.000 Tote und verwundete Soldaten zu beklagen. Ein Ende des Blutvergießens ist nicht in Sicht und auch kein Sieg. Weder für die Ukraine noch für Russland. Die Russen haben ihre Probleme in den letzten zwei Jahren nicht gelöst. Ihre Kriegstaktik ist dieselbe wie im Zweiten Weltkrieg. Schlecht ausgebildete Truppen werden losgeschickt, mit der Drohung, dass jeder, der desertiert, erschossen wird. Das ist nicht gerade das, was man eine moderne Armee nennt. Und sie haben nach wie vor ein Koordinationsproblem. Die russische Artillerie ist sehr ungenau, die Munition ist von schlechter Qualität und die Ausrüstung stark abgenutzt. Putin ist es zwar gelungen, einen signifikanten Frontdurchbruch zu verhindern, das stimmt, aber die Ukraine hat 50 Prozent der besetzten Gebiete zurückerobert. Die NATO wirbt unterdessen bei ihren Verbündeten für weitere Unterstützung der Ukraine. Auch wenn sich die Frontlinie nicht bewegt hat, die Ukraine hat den russischen Invasoren schwere Verluste zugefügt. Trotz der hohen Opferzahlen verstärkt Russland seinen Angriff noch. Die russische Rüstungsindustrie befindet sich im zweiten Jahr in Folge im Aufschwung. Die Militärausgaben für das Jahr 2024 sollen sich auf rund 106 Milliarden Euro belaufen. Ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von 70 Prozent. Das ist die Bestätigung dafür, dass Russland auf eine Kriegswirtschaft setzt. Es will die Gesellschaft umkrempeln und sie auf Militär und Krieg ausrichten. Ein Drittel des Haushalts soll für das Militär, die Verteidigung und die Armee ausgegeben werden. Das zeigt, dass Putins Vision für das aktuelle und zukünftige Russland ein hochmilitarisiertes Land ist. Also ein sehr gefährlicher, äußerst kriegerischer Staat. Moskau hat trotz der internationalen Sanktionen die Mittel, um seine Vorhaben zu finanzieren. Vor allem durch Ölexporte nach China kann das Regime die Verluste durch die Embargos auf dem europäischen Markt ausgleichen. Auch an der diplomatischen Front versucht Wladimir Putin, wieder die Oberhand zu gewinnen. Auf dem letzten virtuellen G20-Gipfel inszeniert er sich als Verfechter des Friedens. Selbstverständlich sind kriegerische Auseinandersetzungen immer eine Tragödie. Es geht um das Leid von Menschen, Familien und Ländern. Und wir müssen Wege finden, diese Tragödie zu beenden. Übrigens hat Russland Friedensverhandlungen mit der Ukraine nie abgelehnt. Die Fronten sind festgefahren. Joe Biden, der wichtigste Verbündete der Ukraine, konzentriert sich auf die US-Präsidentschaftswahlen 2024. Die internationale Gemeinschaft hat sich dem israelisch-palästinensischen Konflikt zugewendet. Seit Putin 1999 an die Macht gelangt ist, beweist er sein Talent dafür, den richtigen Zeitpunkt zu wählen. Wladimir Putin hat sich einen Moment ausgesucht, in dem die Ukraine sich in einer schwierigeren Situation befindet als im letzten Jahr oder zu Kriegsbeginn. Er nutzt diesen Moment, um sich selbst als friedliche Person darzustellen. Und die Ukraine als die kriegerische Partei. Das ist ein geschickter Kommunikationstrick. Um Russland als friedliches Land zu inszenieren. Putin unterstreicht auch, der Ukraine mangele es an vielem. An der Front fehlt es der Ukraine an Einsatzkräften. Die verbündeten Länder liefern zwar weiterhin Unterstützung und materielle Hilfe, aber es fehlt an Einsatzkräften, um sie zu verwenden. Doch Beobachter berichten, dass es auch auf russischer Seite an Einsatzkräften mangelt. Auf internationaler Ebene nennt sich der größte Feind der Ukraine wohl Kriegsmüdigkeit. Wohl deshalb mahnt die NATO regelmäßig, Kriege können lange dauern, aber es gibt keine Alternative. Ein Sieg Russlands wäre nicht nur eine Tragödie für die Ukraine, sondern auch eine Gefahr für uns. Es wäre ein Zeichen an autoritäre Staatschefs, in Moskau wie auch in Peking, dass sie durch die Verletzung internationalen Rechts, den Einmarsch in andere Länder oder andere Formen der Gewalt erreichen können, was sie wollen. Da mit einem radikalen Politikwechsel nicht zu rechnen ist, sieht Leo Perignapinier den Einsatz von Waffen als notwendig. Mehr Munition für die ukrainische Artillerie wäre von Vorteil. Eine wirklich funktionierende Luftabwehr ist unverzichtbar. Es muss eine starke Luftwaffe geben, um die russische Luftabwehr auszuschalten, die den Einsatz von Kampfflugzeugen verhindert und um eine groß angelegte Operation durchführen zu können. Sie brauchen auch mehr Langstreckenraketen. Die Amerikaner haben schon ein paar Dutzend geliefert, aber sie haben mehr als 2000 Stück davon. Wenn sie ein paar hundert liefern könnten, könnte das Russland wirklich aus dem Gleichgewicht bringen. 20 Monate nach der russischen Invasion bereitet sich die Ukraine auf einen zweiten Kriegswinter vor, mit regelmäßigen Stromausfällen und massiven Drohnenattacken, die jedoch zum Großteil von der Luftabwehr gestoppt werden können. Die Hoffnung auf eine Verbesserung der Lage ist gering. Ich gehe davon aus, dass die Ukraine weiterhin mit der Unterstützung aus dem Westen rechnen kann, auch wenn Joe Biden die kommenden Wahlen verliert. Auch das republikanische Lager der USA spricht sich nach wie vor für die Unterstützung der Ukraine aus, auch wenn diese Stimmen leiser sind als bisher und die finanziellen und militärischen Hilfsangebote kleiner ausfallen. Aber ich denke schon, dass die Ukraine auf die Unterstützung der Europäischen Union und der europäischen Länder zählen kann. Und im Großen und Ganzen auch auf die der Vereinigten Staaten. Ende November gedachten der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyj und seine Frau den Opfern der pro-europäischen Maidan-Proteste vor zehn Jahren. Bei der gewaltsamen Niederschlagung des Aufstands durch das pro-russische Regime von Viktor Yanukovic waren über 100 Menschen ums Leben gekommen. Die Brutalität des russischen Nachbarn hat sich seitdem weiterhin verstärkt.